jo meine leute willkommen hier zu einem clash of clans video auf meinem kanal und ja leute heute mit dabei ist der liebe gusur ja und ich bin natürlich bei meinem kanal auch dabei ganz klar jeweils auf unseren kanal und auf unseren kanalen auf unseren kanal kannst du könnt ihr gerne dann das ergebnis des jeweils anderen sehen ich werde diese ja auch wieder verlinken und zwar hatte ich die idee wir könnten einfach mal angriff machen jeweils bei einem also wir zählen zehn minuten also wir stoppen die zeit und dann macht darf man nur mit zwei truppen angreifen und eben den maximalen loot holen jetzt ist natürlich die frage die wenn wir dürfen es nur fünf minuten machen weil überlegt mal wenn du jetzt da stehen zehn minuten dann ist der lockt weg dann würde ich sagen fünf minuten und ich würde die jetzt einfach stoppen so leute und wir legen jetzt direkt los du hast den timer startbereit die plätze fertig und los fünf minuten gucken wir mal was man für sie und können also wie gesagt immer mit zwei truppen ja ich bin halt echt überlegen ob man jetzt echt eher für auf 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 nee kennst du das ich hatte jetzt hier eigentlich direkt ganz gut jetzt die frage jetzt die frage hast du auch ein paar bogeys dass man sagen könnte entweder bogeys oder luckys nie nur einen bogenschützen habe ich okay dann nicht mehr nehmen wir definitiv luckys und fertig ja also ich hatte hier so ein paar ich hatte so seeking er meins hier diese diese kleinen skelettballons die mir gerade direkt erst mal ein bisschen loot versaut aber ja ich hoffe jetzt mal dass es jetzt kein großes problem ist ich weiß nicht ob man jetzt wirklich für inaktive gegner gehen soll wo man halt dann direkt einfach mal richtig viel bekommt oder er für ein bisschen weniger dafür halt öfter für ein bisschen weniger weiß was ich habe auch noch gar kein plan also ich habe noch gar keinen gegriffen ich habe schon ein angegriffen ich weiß eh nicht ob wir dann vielleicht am ende sogar einen kleinen cut setzen müssen weil ich habe jetzt jeweils glaube ich den ersten oder zweiten gegner angegriffen den ich gefunden habe kannst du direkt ein thema ja und so ich hoffe halt wirklich das jetzt irgendwie ja so leute gehen halt einfach nicht die leute die halt wirklich richtig inaktiv sind das wird es halt irgendwie auch mal bringen wenn man so ein genau genau richtig wenn du wenn du wenn du einen hast der richtig was bringt dann auf jeden fall ja am besten hat er dann halt einfach alle mine auf einem haus und außen stehen ich habe noch kein einzigen angegriffen jetzt also 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 du findest wirklich gerade gar nichts irgendwie oder so aber okay so ist das leben okay ja ich bin gerade auch nichts mehr als ich hatte jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen glück war aber auch wirklich nicht wirklich viel als sowas und ich wollte jetzt hier könnte ich eventuell ja aber auch die zeit ich meine du musst dir überlegen was was das an zeit kostet weißt du also es und lucky so ein gebäude wegballert das dauert ja es geht ach so welches welches level hast du deine nach ist okay gut ja gut ich hab sie sechs gut macht vielleicht ganz bisschen unterschiede wenn ich will nicht alle ich das problem weil es bei den meisten basen halt in der nähe ja genau so stöhnt es ist dann halt auch schon wieder richtig 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 schwer also ich hoffe da wirklich dass ich jetzt irgendwie mal ein wirklich aktiv das würde schon reichen also wenn so so halbvoll halbvolle minen werden halt echt ganz geil ich glaube ich breche ab und um um die zeit zu sparen aber ehe man da wieder neu angemeldet ist dass das lohnt sich ja das dauert lange das dauert wahrscheinlich sogar länger also bei mir ist zumindest so dass dort vielleicht ein paar minuten oder so so ich habe jetzt hier eine supergeile what the fuck base in die ich aber trotzdem leider nicht reinkomme der townholt 10 alles gerasht das blöde ist halt nur der hat die ganzen sammler drinnen obwohl die alle freundlich das ist ärgerlich naja das ich sehe aber gerade dort läuft bei mir hier jetzt gerade also dass das ich habe meinen neuen prozent bekommen mit zwei luckys neun prozent überlegen aber das war mein erster angriff scheiße na der eine lag ist geflogen der rate habe ich so gut wie gar nichts bekommen aber ich glaube halt wirklich dass hier am ende sogar auf die 3000 ankommt also bei mir ist ja nicht viel und von daher aber das ist echt mal eine coole challenge also ich meine unsere challenges sind immer hatte man noch nicht auf jeden fall ja es liegt vielleicht auch einfach daran dass wir cool sind aber so warte mal gut hier oben ist die luftabwärmen ab am verbruch ja zwei tesseln bis wisst ihr ich habe gerade nur pech wenn wir wenn wir jetzt doch nicht so die extremst oh geil jetzt muss ich gucken wenn ich hier irgendwo eine habe ja doch ich glaube ich glaube ich könnte glück haben ja ja der bogeyton schießt nicht meine ganze und jetzt jetzt habe ich einen lucky der eine volle der relativ volle mine hatte der der kursor findet schon wieder volle mine und so als ich ich schlage mich halt wirklich gerade nur somit das war es so groß preisen rum das waren aber auch nur 4,8 k gold mehr nicht das war jetzt nicht sehr gut 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 ja reich werden wir durch diese challenge auf keinen fall das stimmt allerdings und pokimäßig geht es auch eher nach unten als nach oben können wir eine challenge machen wir mit den zwei luckys 50 prozent bekommen kriegt 100 euro von wem von raubtierbrause ja auf jeden fall von den krieg ich ja nur getränken immerhin ja ich glaube ich habe noch einen also so 4000 gold stopp der timer ist abgelaufen was ja sein minuten jetzt schon ja dann macht er noch zu ende habe ich schon habe ich schon ist genau in der sekunde zu ende gegangen ich schaue mal ganz kurz zu mir so grob an ich würde einfach sagen wir setzen einen kleinen cut und also ich würde auf jeden fall sagen ich habe verloren ich hätte mir wirklich noch mehr auf muss ich ganz ehrlich sagen echt ja ich habe gedacht hier so mega skill und so aber das war nicht wirklich was ich rechne einfach mal grob zusammen ich habe jetzt 6000 dann hier oben plus minus 12 sagen wir 13 ja 13 kommt hin 16 14 14 kommt hin ja 14 ich glaube ich nicht 17 21 27 28.000 okay ich guck mal ich immer fliege auch mal ich bin ja jetzt glaube ich auch nicht hinkommen ich hoffe ich habe gewonnen das glaube ich schon will ich will endlich mal erstellt gewollt ist genau das zweite mal so und zwar der erste war doch gar nicht so verkehrt der hatte 18 der hatte 19 etwas über 19k dann haben wir drei ja hätte ich auch nicht gedacht 23 24k scheiße warte ins ist ja insgesamt ja wieder los man und 7 31k wie warst du keine ahnung schon wieder vergessen aber weniger waren die leute ihr wollt mich richtig hart verarschen ich habe so viele angriffe gemacht und ich hatte bei so viel pechne hashtag beileid in die kommentare hashtag der tröstet ihn die sehr der der lucky nun jetzt der lucky über hier ich gucke ich hau jetzt noch mal meine restlichen luckys raus und die bogeys ich auch ich auf jeden fall auch eine eine only lucky attack noch hier zum ende vielleicht finde ich dann was ist jetzt schon wieder denn das ist die beste kann ich nicht wieder schade ich meine der hatte ordentlich dunkles aber schon mal dein handy von einem mikro mein handy vom micro wieso ja hat eben... Achso, ja. Okay, krass. Schade. Ja, macht's gerade am Biegen. Okay, jetzt ist deine Idee. Oder mach Flugmodus oder so rein, am besten. So krass, ja? Übel. Ja, ja. Ist bei Flo auch immer so. Geht immer bei dem richtig hart ab. Ist echt krass. Jetzt ist Flugmodus an. Na, okay, perfekt. Yeah. Oh, hier gibt's gerade nichts, ey. Hallo? Ja, ja, ich bin doch da. Ja, mein Mikrofon hat sich gerade einfach mal gemutet. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber ich hoffe nicht zu lange. Das wäre schade, ja. Das wäre ein bisschen Fail, aber... Aber jetzt seht ihr auch mal nur mal so nebenbei an die Abonnenten. Also ihr seht, der Disiax ist nicht immer so ein ganz kranker Typ. Das ist einfach, ergibt sich halt. Also von daher dürft ihr auch ihn mal ganz normal sehen. Jetzt gucken wir mal, ey, was gibt's hier? Wir hatten da nämlich letztens, für meine Abonnenten jetzt zur Erklärung, wir hatten da letztens so ein Video auf Guzo's Kanal und vielleicht wissen das ja einige, wenn ich und Lichlinde beide am Skypen sind, werden wir so minimal gestört. Und dann hat Kalt Guzo gerade aufgenommen. Und ja, dann war das halt so ein bisschen behindert. Könnt ihr euch ja einfach mal anschauen. Richtig. Und nebenbei natürlich gleich ein Abo dalassen. Verblödungsgefahr. So, warte. Ähm, ich greife jetzt... Hey, Digga, ich will eigentlich ein bisschen Dark Linkshorn haben, aber ich finde gerade nichts, deshalb gehe ich jetzt einfach auf den hier. Komm, ja, den hole ich mir jetzt. Hier unten ein paar Lakis setzen. Und hier oben... Oh, ich sehe gerade, oh, ich sehe gerade, hier ist ein bisschen was Dunkles zu getten. Oh. Bisschen Dunkles. Ja, bei mir ist ganz wenig, nur weil ich werde nicht in die Mitte kommen zum ersten Lager. Wobei mit der Königin, ich versuche das jetzt einfach mal. Komm, wenn ich jetzt hier von einer Seite auf den Magier-Turm... Wenn ich den Magier-Turm hier auf der Seite klären kann, ne? So. So, ja. So, so. Ja, so soll es laufen hier. Jetzt kriege ich sogar gut Loot, Alter. Dieses Ohn-Lilakain ist gar nicht so schlecht. Nein, grundsätzlich ist es schon eine nette Alternative zu allem anderen. Aber... Ja, ich kriege alles. Aber wie gesagt, ich sitze halt eben da und will meine Helden machen und dann will ich natürlich nicht meine Kohle für Luckys ausgeben. Ey, ihr wollt mich richtig... Wieso? Wurde es da abgeharzt, oder was? Digga, es ging... Alle Luckys gehen aufs Dunkle. Eine Riesenbombe. Zwei Barbaren laufen los. Die Luckys fokussen die. Die laufen zu meiner Queen an einem Magen-Turm Level 7. Alle Luckys schießen so drauf und sterben einfach alle. GG. Trotzdem 275.000 von insgesamt. Das ist geil. Ja gut, Leute. Ich würde einfach sagen, von meiner Seite aus war es das jetzt auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer eine Position da. Ich habe hier versehen, ich fast Jacks gekauft. Schaut auf jeden Fall beim Gruß auf vorbei. Link zu dem ist in der Beschreibung. Schreibt mir Challenges in die Kommentare, wenn ihr da Ideen oder so habt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.